Guten Morgen ihr Lieben, ich bringe euch heute wieder eine Tagesbotschaft mit. Für alle die es noch nicht mitbekommen haben, habe ich jetzt momentan ein kleines Problem mit meinem Videobearbeitungsprogramm. Deswegen ist das allgemeine Wochenorakel ziemlich komisch auch. Und ich werde auch in den nächsten Tagen eine neue Kamera bekommen. Das heißt, ihr braucht mir keine Nachrichten schreiben, was mit dem allgemeinen Orakel los ist. Ich habe das schon mitbekommen, dass hier ein Fehler vorherrscht. Ich werde das so schnell wie möglich eben versuchen zu beheben. Ich schaue, dass ich alle Legungen mit diesem Videoprogramm und mit meiner jetzigen Kamera noch irgendwie auf die Beine stellen kann. Es kann aber wirklich dauern, es kann bis zu ein, zwei Tage, wie gesagt, dauern, bis das Video dann fertig ist, das Gebuchte. Und ja, also das sind einmal die Informationen, die ich euch mitgeben möchte, dass ihr euch eben nicht die Mühe macht, mir zu schreiben, mich darauf aufmerksam macht, dass das Video eben komisch aufgenommen wurde. Ich weiß das schon und ich bedanke mich bei all jenen, die eben mir diese Info gegeben haben. Das ist sehr, sehr nett, dass ihr mich darauf aufmerksam macht, aber ich kann euch sagen, dass das Problem in den nächsten Tagen, wie gesagt, behoben wird. Jetzt schaue ich mir unsere allgemeine Tagestendenz an und da habe ich aus dem Erzengel-Orakel eine Karte gezogen. Und die Karte lautet, Trost. Erzengel Asrael, ich bin bei dir in deiner Zeit der Not und helfe dir, dein Herz zu heilen. Das heißt, wenn du heute eher traurig bist, wenn du vor Entscheidungen stehst, die dich etwas aufwühlen, beruflich oder privat, wenn du da in einer Situation bist, wo du Hilfe brauchst, möchte dir diese Karte sagen, dass der Erzengel Asrael bei dir ist, in der Zeit, wo es dir nicht sehr gut geht. Wenn du jetzt in einer Zeit bist oder heute für dich Situationen kommen, wo es dir nicht so gut geht, denke an diesen Erzengel, er hilft dir, dein Herz zu heilen und er hilft dir auch in der Zeit der Not.